Wer wagt es, in meine Höhle zu kommen und mich aus dem Schlaf zu reißen? Aha! Vorsicht, kleiner Mann! Ich werde euch auf dem Grill röst! Äh, so, äh, na dann kratze ich euch die Augen ab! Ah, oh gut, äh, dann, dann gebe ich euch ne Tracht Prügel. Ah, genug! Ich ergebe mich! Das tat echt weh! Musste das denn sein? Hier, nehmt den Drachentrank und lasst mich in Ruhe. Trinkt ihn, wenn ihr ihn braucht, er gibt euch einen hitzefesten Panzer und lässt euch Feuer speien und nun verschwindet!